Mein Video über Gunnar Kaisers Agitprop zum Thema Covid führte zu einer Reihe an wütenden Kommentaren. Man merkt, wie panisch diese Leute sind und wie dann Aggression die Angst bewältigen soll, um das Gefühl zu erlangen, man könnte die Situation kontrollieren. Es wirkt wie Mantra-Zauberbeschwörungen von verängstigten Bürgern, die damit die bösen Geister verjagen möchten. Es wirkt auch ein bisschen wie eine Hexenjagd im Mittelalter. Im Mittelalter gab es immer wieder Wellen des Schwarzen Todes und man steigerte sich in die Massenhysterie hinein, Hexen wären verantwortlich und wenn man genug Hetzjagden veranstaltet gegen die Hexen, dann könnte man die Kontrolle über das Schicksal zurückerlangen. Und je mehr Leute an eine komplette Pandemie-Mega-Verschwörung glauben, umso eher verteidigen sie Kaiser und umso mehr drücken sie ihren deutlichen Hass aus gegenüber mir. Diese Hassreaktion ist genau das, wozu Kaiser ja auch aufgerufen hat in seinem polemischen Beitrag bei Achgut. Selber fühlen sich die Corona-Aktivisten natürlich als Opfer, als verfolgte und ehrenvolle, höchst kompetente Rebellen. In Wirklichkeit hat die Obrigkeit die Corona-Rebellen genau da, wo man sie haben möchte. Fehlinformiert, radikalisiert und gesellschaftlich isoliert. Wir hatten bei der Wirtschaftskrise ab 2008 gesehen, wie amateurhafter Aktivismus brutal gescheitert war von Occupy Wall Street und solchen Gruppen. Wir hatten gesehen, wie der Widerstand gegen die Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen vereinnahmt wurde durch amateurhafte, radikalisierte Verschwörungsideologen. Sodass nicht mehr dabei heraussprang als ein kurzlebiger Höhenflug für die AfD, die dann zum impotenten Sammelbecken wurde. Und wer weiß, wie stark infiltriert ist durch nationale und internationale Nachrichtendienste. Jetzt bei der Covid-Krise kamen Amateure und benutzten Buzzwords wie Great Reset und machten Copy and Paste bei Leuten wie Bhakti und Wodak. Auch die Covid-Krise kann in wenigen Monaten vorbei sein, ohne dass die Aktivisten irgendetwas erreicht haben. Ich habe übrigens ein ganzes Buch geschrieben über die Forschung zu Aktivismus, Aufständen und Aufstandsbekämpfung. In den Untiefen der Kommentarspalte hatte ich dann einen Kommentar erhalten von Gunnar Kaiser bezüglich einer Debatte. Das hatte ich zunächst übersehen. Seine Fans scheinen fixiert zu sein auf einen Livestream. Aber eine richtige Auseinandersetzung findet aber in mehreren Runden statt. Hin und her. Anfangsplädoyer mitsamt Erklärung, wie qualifiziert man ist, das Thema einzuschätzen, plus eine unmissverständliche Klarstellung der eigenen Grundpositionen. Dann die Debatte, dann Schlussplädoyers. So kann man schön denken vorm Reden, seine Punkte schön anordnen und so weiter. Ein Livestream-Gestreiter ist kein geeignetes Format, das uns irgendwie weiterbringt. Wir kennen das ja aus öffentlich-rechtlichen Talkrunden. Der eine macht oberflächliche Statements, der andere wiederholt einfach immer nur seine paar Talking Points, dann redet man sich gegenseitig rein, dann wird gestritten über den Umgang miteinander und so weiter. In seinem polemischen Text bei Ach gut, blieb Kaiser ja völlig unspezifisch, was seine Quellen und Qualifikationen sind. Es ist unklar, ob er eine groß angelegte Geheimoperation unterstellt, hinter einer Fake-Pandemie mit zig verschiedenen Ländern, die dran verwickelt sind. Oder ob er scharenweise Experten in verschiedensten Ländern verblöd hält oder korrupt. Ich muss ja erst einmal geklärt haben, was seine konkreten Positionen zur Pandemie sind. Sonst könnte er ja schwammig bleiben und ständig meckern, dass ich ihm irgendwelche Standpunkte unterstelle, die er gar nicht vertreten würde. Er war nur eindeutig in seiner starken Ablehnung sämtlicher wesentlicher Merkmale der Pandemie, die von vielen Experten weltweit erforscht wurden und werden. Also gerade diejenigen Experten, deren Forschungen von vielen verschiedenen Regierungen weltweit als maßgeblich betrachtet werden. Auch in Ländern wie Russland oder Iran oder der Türkei. Es geht ja längst nicht nur um den Herrn Drosten und Deutschland. Kaiser meinte, er habe relativ leicht recherchieren können, dass die wesentlichen Merkmale der Pandemie falsch seien. In einem Livestream könnte er einfach nur eine Stunde lang wiederholen, dass er die Tests ablehnt, die Totenzahlen und die Wirksamkeit von Maßnahmen. Einfach nur wiederholen. Gesprenkelt mit ein paar Statements, dass er staatliche Bevormundung nicht mag und dass man ja wohl noch kritische Fragen stellen dürfe usw. Jeder könnte solch eine Pseudodiskussion führen und sich hinterher als Gewinner betrachten, obwohl ja die Corona-Aktivisten in der realen Welt am laufenden Band am Verlieren sind. Querdenkerparteien haben nun brutal schlecht abgeschnitten bei Wahlen. Die AfD profitiert nicht, die Demos sind belanglos und der Online-Aktivismus verfängt sich nur bei einer Randgruppe. Eine gewaltige Mehrheit in vielen Ländern akzeptiert Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Online mögen sich die Aktivisten wie Könige fühlen, aber in der realen Welt sind sie Bettler. Nun zu meinen Qualifikationen. Also ich beschäftige mich hauptberuflich seit 15 Jahren mit Supermächten, Großmächten und Geheimoperationen. Also schon vor fast 20 Jahren schrieb ich meine Abiturarbeit über den Frank-Olsen-Fall, der hineinreicht in die Frage, ob die USA Biowaffen eingesetzt hatten im Koreakrieg. Kurz vor der Pandemie hatte ich ein ganzes Buch über Pandemien, Biowaffen und Großmächte veröffentlicht. Dann hatte ich weitere Bücher veröffentlicht mit jeweils über 80.000 Wörtern Länge. Also da geht es halt um die Supermächte und Geheimoperationen. Es dreht sich immer um die Frage, wie die Supermächte beschaffen sind, wie sie sich entwickelt haben und welche Tricks sie anwenden, um ihren Einfluss zu mehren. Also das ist alles sehr, sehr extrem kritisch gegenüber allen drei Supermächten. Und deswegen ist es halt eben dann so pervers, wenn Leute mir dann vorwerfen, ich sei obrigkeitshörig oder ich würde im Sinne der Obrigkeit arbeiten oder ich sei verdächtig und so weiter oder Teil der großen Weltverschwörung. Man findet auf recenter.com eine Literaturliste mit Werken, die nachvollziehbar in meine Arbeit eingeflossen sind. Also ich update das vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate, wo dann die neuesten Bücher da drauf kommen, die ich gelesen habe. Und ich kommentiere auch mal ein bisschen zu den Büchern dazu, also was die Begrenzungen von dem Buch sind oder was ich besonders gut fand und so weiter. Man findet zahllose Textartikel auf recenter.com zu Sicherheitsthemen, Supermächte, Geheimoperationen, Covid und so weiter. Wir haben auch über tausend sehr lange Videos auf YouTube zu Sicherheitsthemen. Also mein Kanal sagt hier in den Statistiken 8,7 Millionen Aufrufe, 1,1 Millionen Stunden, die gesehen wurden. Da sind anderer Leute Reuploads nicht eingerechnet. Also früher haben ja Leute unser Zeug nochmal selber woanders hochgeladen auf YouTube. Wir wurden dann von YouTube gedrosselt um 80 Prozent, was unsere Reichweite anbetrifft. Und man findet uns praktisch nicht mehr mit der YouTube-Suche nach Stichworten. Und dann haben wir noch unsere eigene Videoplattform mit ausführlichen Sendungen zu halt eben solchen Sicherheitsthemen. Also mein Hauptinteresse sind die Supermächte und schmutzige Drecks. Dann Anfangsplädoyer und meine Positionen. Das heißt, wie ich ja gesagt habe, das braucht es halt für eine Diskussion, die irgendeinen Sinn ergibt, die irgendein Gewicht hat. Also ich erkläre hier ganz einfach und klar, was meine Positionen sind. Dass da gar keine Missverständnisse auftreten können oder sollten. Und ich mache mein Anfangsplädoyer und genau so erwarte ich das halt eben dann auch von einem Diskussionspartner. Dass ich dann genau weiß, wo der eigentlich steht. Also als öffentlich wurde, dass sich ein neuer gefährlicher Virus weltweit verbreitet, war ich in den Themenkomplex bereits eingearbeitet. Ich stellte mehrere Hypothesen auf, wie die Pandemie zustande gekommen sein könnte. Also es ist eine zweistellige Anzahl an verschiedenen Hypothesen. Also vom zufälligen Spillover in der Natur, Laborunfall in verschiedenen Labors, nicht nur in Wuhan, nicht nur in China, ist es möglich, dass Islamisten den Virus aus einem Labor in Pakistan geklaut haben. Und diese Islamisten machten dann einen Angriff mit dem, was sie da erbeutet hatten. Es könnte Nordkorea hinter dem Angriff stecken. Die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, alle drei Supermächte zusammen, könnten fanatische Ökoterroristen dahinter stecken. Also auch Ökoterroristen, die jetzt nicht unbedingt verbunden sind mit halt irgendwelchen mächtigen Kreisen aus dem angloamerikanischen Raum. Die Liste der Verdächtigen ist lang. Denn überall gibt es in freier Wildbahn Viren, die man im Labor weiterentwickeln kann, sogenannte Funktionsgewinnforschung. Genauso macht man biologische Waffen. Ich untersuche seitdem alle diese Szenarien. Ich vermute, dass Militärs und Geheimdienste auf der Welt ebenfalls ergebnisoffen in alle Richtungen ermitteln. Und bisher scheint kein Militär und kein Geheimdienst eine klare Antwort gefunden zu haben, welches Szenario zutrifft. Man kann Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Dann betrachte ich seit letztem Jahr noch ein weiteres Szenario, welches ich für sehr schwach und implausibel betrachte, nämlich die Fake-Pandemie-Hypothese. Im Prinzip wird unterstellt, dass verschiedenste Länder bewusst Zwangsmaßnahmen zur Pandemie-Eindämmung ergriffen haben, obwohl den politischen Entscheidern bewusst gewesen sei, dass der Virus SARS-CoV-2 gar nicht gefährlich genug sei, um solche Maßnahmen zu rechtfertigen. Also nicht mal ansatzweise gefährlich genug. Es würden böswillige Absichten dahinter stecken. Bis heute untersuche ich diese ganzen verschiedenen Hypothesen, ohne dass die Faktenlage es rechtfertigen würde, mich auf eine These zu versteifen. Also ich habe auch klargestellt, dass wir wahrscheinlich nie herausfinden werden, wie die Pandemie zustande kam. Einfache Antworten sind leider Fehlanzeige. Und ja, es ist ein Dilemma, dass Regierungen und Pharma-Industrien, denen wir nicht vertrauen, die Pandemie eindämmen müssen. Ich habe klargestellt, dass die Frühwarnsysteme der USA und EU für biologische Bedrohungen, dass die Frühwarnsysteme besser hätten funktionieren müssen. Also es ist seltsam, dass man so lange inaktiv blieb, anstatt gleich einzugreifen. Es gibt Schätzungen, dass 95% der Infektionen hätten verhindert werden können. Also das ist zum Beispiel eine Nummer, die da genannt wurde aus Reihen der US-Republicans. Ja, man sagt quasi, die Chinesen hätten das verbockt. Dann hätten wir auch keine oder kaum Lockdowns gebraucht und so eine viel kleinere Impfkampagne. Und das Thema wäre jetzt nicht groß der Bedeutung wert. Zu keinem Zeitpunkt äußerte ich Zufriedenheit mit der Performance der Bundesregierung oder der Trump-Administration und so weiter. Die Fake-Pandemie-Hypothese gibt es in unterschiedlich starken Ausprägungen. Manche Verfechter dieser Hypothese halten SARS-CoV-2 nur so gefährlich wie die saisonale Grippe. Ich kann natürlich die generelle Besorgnis der Menschen verstehen, ihr Misstrauen gegen Regierungen. Mein eigenes Misstrauen gegen Regierungen ist maximal, aber trotzdem halte ich die Fake-Pandemie-Hypothese für implausibel. Ich bin überzeugt, dass keine professionellen Individuen oder Netzwerke eine Fake-Pandemie auch nur erwogen hätten, denn es gibt viele bessere Pläne, um den Bürgern die Rechte zu beschneiden und um die Bürger ärmer zu machen. Die Vertreter dieser Fake-Pandemie-Hypothese reagieren oft sehr aggressiv darauf, wenn man diese These ablehnt. Also da kommt dann der Vorwurf, man sei dumm, angepasst oder gar Mitverschwörer. Selbst ich werde angegriffen. Insbesondere in der Kommentarsektion gab es viele eindeutige Vorwürfe gegen mich von Leuten, die Gunnar Kaisers Covid-Videos und Texte super finden. Ich muss vermuten, dass einige Vertreter der Covid-Fake-Hypothese davon ausgehen, dass Gunnar Kaisers ebenfalls diese Fake-Hypothese in irgendeiner Form vertritt, denn ansonsten würden sie ihn ja angiften oder ignorieren. Es scheint den Corona-Aktivisten zu gefallen, wie Kaisers im Ach-Gut-Text und anderswo polemisch und verallgemeinernd ablästert über Coronazis, Lockdown-Fetischisten und generell Bürger, die nicht so denken wie er. Kaisers lehnt alle wesentlichen quantifizierbaren Merkmale der Pandemie ab, so wie sie von Forschern weltweit benannt wurden, also Testergebnisse, Totenzahlen, die Wirksamkeit von Maßnahmen. Er meint, es sei ihm relativ leicht gefallen zu recherchieren, dass diese Merkmale halt abzulehnen sind, so wie sie genannt werden. Darin unterscheidet er sich nicht von gewöhnlichen Querdenker-Aktivisten, die eine große oder meistens eine große Geheimoperation unterstellen in mehreren Ländern. Dementsprechend scheint er von solchen Aktivisten auch Applaus und eventuell auch Spenden zu bekommen. Aber ich habe im Ach-Gut-Text nicht gesehen, dass er sich überhaupt zu der Fake-Pandemie-Hypothese einer Mega-Geheimoperation bekannt hätte. Deswegen muss ich hier von Anfang an nachhaken, um klarzustellen, was seine Positionen überhaupt sind und was seine Quellen. Er bezweifelt sehr stark die Testergebnisse, die Totenzahlen und die Notwendigkeit der Maßnahmen oder die Wirksamkeit der Maßnahmen. Dass sowohl viele verschiedene Länder mit vielen verschiedenen Experten die verfügbaren Tests benutzen, ihre Corona-Toten zählen und verschiedene Zwangsmaßnahmen benutzen. Er verwendet zusätzlich Begriffe wie Corona-Nazis und Lockdown-Fetischisten für diejenigen, die anders denken als er. Er spricht den Great Reset an oder spricht auch anderswo über eine große Umpolung und so weiter. Es bleiben nicht viele verschiedene Möglichkeiten übrig, wie er sich die Pandemie und die von ihm so stark und eindeutig abgelehnten Eindämmungsmaßnahmen erklärt. Entweder er vertritt die Fake-Pandemie-Hypothese, dann können wir gerne darüber diskutieren, wie plausibel es ist, dass so viele Länder gleichzeitig und wohl koordiniert einen belanglosen Virus hergenommen hätten, um Zwangsmaßnahmen umzusetzen, um damit irgendwelche strategischen Ziele zu erreichen. Also gerade auch wichtig in dem Zusammenhang ist es halt eben, dass normalerweise bei schmutzigen Operationen, dass bei schmutzigen Tricks halt immer Tote gerne gebraucht werden, um dann halt die gewünschte Panik in der Bevölkerung auszulösen, um die Bevölkerung dazu zu kriegen, halt hier bei einer bestimmten Agenda mitzumachen. Also das heißt, es braucht halt eben Tote und halt irgendwelche schockierenden Skandale, damit die Leute halt neuen Sicherheitsgesetzen zustimmen oder dass sie halt irgendeinem neuen Krieg zustimmen. Das heißt, man braucht halt wirklich die Toten, um so eine Wirkung zu erzielen. Aber jetzt wird uns halt eben dann erzählt, dass hier die verschiedensten Länder halt eben hier eine Fake-Pandemie probiert hätten. Eine Fake-Pandemie, an der kaum jemand wirklich stirbt. Also, oder, also entweder Kaiser vertritt eine, also entweder Kaiser vertritt eine Form dieser Fake-Pandemie-Hypothese oder aber er lehnt die Verschwörungshypothese ab und erklärt es sich irgendwie anders, dass so viele Länder Zwangsmaßnahmen durchgesetzt haben in der Pandemiebekämpfung. Dann wären einige Fans von ihm wohl beleidigt. Dann kriegt er vielleicht eben halt hier, oder wird er das Ziel von der Hexenjagd. Auf diese anderen Erklärungen bin ich auch gespannt. Also sind jetzt so viele Regierungen, deren Experten auf der Welt dumm gewesen, panisch. Ich halte das nicht für überzeugend. Wenn er dann doch wieder massenhafte, organisierte Korruption unterstellt, dann landet er geradewegs wieder bei der Fake-Hypothese mit der weltweiten Geheimoperation oder ist zumindest sehr nahe dran. Also warum sollten beispielsweise Russland, der Iran oder die Türkei dabei mitmachen bei so einer Fake-Pandemie-Verschwörung? Soll jetzt Klaus Schwab irgendwie in der Lage gewesen sein mit dem World Economic Forum in der Lage gewesen sein, Russland zu zwingen, die Iran zu zwingen, die Türkei zu zwingen, bei einer Fake-Pandemie mitzumachen, aber irgendwie die Schweden, wie es ja manche unterstellen, die hätten sich dann ja quasi dieser großen Verschwörung widersetzt. In Wirklichkeit gab es in Schweden natürlich auch durchgehend Maßnahmen und man hat jetzt auch neue Gesetze für neue Maßnahmen. Das nur so am Rande. Können uns auch gerne über Schweden unterhalten oder über einzelne Länder, wie die halt versuchen, sich da durchzuwurschteln. Also je mehr Kaiser die typischen Querdenker-Positionen vertritt und sich dabei auf vielleicht Bagdi, Vodarg oder Ioannidis beruft, je mehr die Totenzahlen als offensichtliche Täuschung verwirft, je mehr er die PCR-Tests als Betrug oder als wertlos beschreibt und je mehr er unterstellt, die Maßnahmen weltweit hätten keine Grundlage gehabt, umso mehr nähert er sich der Fake-Pandemie-Verschwörungs-Hypothese an. Ja, also wie gesagt, es reicht nicht, wenn er jetzt einfach nur so ein bisschen Zeug wiederholt, ja, seine Kritik an den Tests und so und den Totenzahlen, sondern es, ich möchte von ihm halt eben gerne hören, seine Sicht der Dinge, wie halt eben dann das so zustande kam. Die Fake-Pandemie-Hypothese ist, die Fake-Pandemie-Hypothese ist zu schwach. Nicht SARS-CoV-2. Die Aktivisten überschätzen maßlos die Überzeugungskraft ihrer Hypothese und die Gefährlichkeit, die ihr Aktivismus für die Obrigkeit darstellt. Also sie glauben, ihr Aktivismus sei wie ein hoch ansteckender, hoch wirksamer Virus. Ballweg meinte gerade eben erst, die Demo-Teilnehmerzahlen würden exponentiell anwachsen, so als sei das richtig krass viral. Ist es aber nicht. In den USA kennt inzwischen fast jeder jemanden, der richtig krank wurde oder gestorben ist. Deshalb ist der Aktivismus auch zu schwach und bedeutungslos. Die Aktivisten meinen immer, SARS-CoV-2 sei so schwach wie die Grippe. Hingegen sind die Proteste der Querdenker so schwach wie eine Erkältung. Ein paar Leute stecken sich an, aber nicht mehr. Der wahre Grund, warum es in Deutschland überhaupt Zweifel gibt an Maßnahmen, sind nicht das bedeutungslose Geschwafel der Querdenker und ihre Zahlendrehereien, sondern dass SARS-CoV-2 einfach nicht krass genug ist, um den letzten Laien zu überzeugen. Das Virus SARS-CoV-2 ist ein seltsames Gebilde, also zu schwach, um die ganz harten Notstandsgesetze zu triggern und um jeden restlos zu überzeugen, aber leider auch viel gefährlicher, als die Querdenker meinen oder hoffen oder wünschen. Ich beschäftige mich seit über 15 Jahren hauptberuflich mit Großmächten, Supermächten und Geheimoperationen und deshalb breche ich in Gelächter aus, wenn ich die Hypothese einer Fake-Pandemie durchdenke und die Nachteile auflässt. Also maximale Zahlermitwissern verhältnismäßig leicht aufzudecken von unzähligen Personen an unzähligen Stellen. Garantierte existenziell bedrohliche Leaks durch verschiedenste Spionage weltweit. Es ist hyperkompliziert zu verwalten mit vielen unterschiedlichen Regierungen. Hyperkomplizierte Verwaltung von Fake-Tests, Fake-Toten und halt mäßige Akzeptanz der Bevölkerung. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist katastrophal schlecht. Es stehen viele andere Optionen zur Verfügung, die unendlich besser sind. Ich höre immer wieder das Argument, eine Fake-Pandemie sei einfacher unter Kontrolle zu halten. Das mag vielleicht einen Telegram-Amateur überzeugen, ändert aber nichts an den oben genannten Nachteilen. Es gibt viel Daten zu Laborunfällen und biologischer Kriegsführung. Hingegen haben wir 0,0 Daten über bisherige Fake-Pandemien. Und nein, es zählt nicht, wenn Regierungen in der Vergangenheit erst aufs Gas gedrückt haben mit der Eindämmung und dann auf die Bremse, weil es dann glücklicherweise doch nicht so gefährlich war. Weil man meinte, endlos an der falschen Schraube drehen zu müssen, lieferte man der Obrigkeit genau die Art von Sammelbecken, die gewünscht war. Also die Verschwörungsaktivisten sind nun selber Zielscheibe von Verschwörungshypothesen der Obrigkeit. Also es heißt dann, verstrahlte Extremisten und Leichtgläubige, die von russischen Desinformationskampagnen angetrieben werden. Ganz so einfach ist es nicht, aber wenigstens weiß die Obrigkeit, wie man eine plausible Verschwörungshypothese zusammenzimmert. Und wie man die Aktivisten schnell spaltet durch Streit aufgrund von zirkulierten Anschuldigungen. Also Querdenker ist ja nicht gleich Querdenker. Der eine wählt AfD, der andere wählt Grün, der eine ist Reichsbürger, der andere überhaupt nicht und so. Und wenn da eine hartnäckige Meinungsverschiedenheit auftaucht, werfen die sich gegenseitig vor, dann für die Weltverschwörung zu arbeiten oder halt einfach nicht wirklich rebellisch zu sein. Ich erwarte mir von einer Diskussion nicht nur das übliche Abklappern der Debatten um Teststrategien, Totenzahlen und Wirksamkeit von Maßnahmen. Solche Debatten gibt es bereits wie Sand am Meer. Ich brauche auch keine liberalen oder konservativen Slogans, die kenne ich alle schon. Ich erhoffe mir Klarheit, wie sich Kaiser konkret vorstellt, wie die Pandemie entstanden ist und warum die Regierungen so reagiert haben, wie sie reagiert haben.